Na, habt ihr es verkannt, ey, egal. Ey, Dennis Ogbitz soll hier rückwärts versprochen werden von mir, Oddo, meistens lieb. Das machen wir jetzt in einer leichten Versonnungsphase am frühen Morgen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und dann schauen wir mal, ob es verfällt. Dennis Ogbitz, rückwärts, out of the brain, not reading from the paper, yeah, rock'n'roll. Stipko, Sinet, Sinet, habt ihr gehört? Ganz weiches D am Anfang, ne? Dann würde ich sagen, Dennis, Sinet, Dennis wird ja mit zwei N geschrieben, ne? Ich würde sagen, eine schöne Verschlafung, euer Oddo, meistens lieb.